Nach der Landtagswahl in Bayern haben sich die CSU und Freie Wähler auf die Bildung einer Koalition geeinigt. Das bestätigte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Kein Kommentar bisher zu den Inhalten des Koalitionsvertrags. Stattdessen demonstrative Einigkeit. Das passt für uns und passt für die CSU und das passt für Bayern. Ich glaube, das war ein gutes Gespräch und gute Verhandlungen, waren zwar sehr intensiv und detailliert, aber wir sind jetzt am Ziel und das passt. An diesem Sonntag kommen die Parteigremien von CSU und Freien Wählern zusammen, um den Koalitionsvertrag abzusegnen. Am Montag soll er unterschrieben werden. Einen Tag später steht die Wiederwahl Söders zum Ministerpräsidenten an.